Und weiter geht's. Mit Eva. Pyrrhon. Graf Rotz. Du hast es geschlossen. Hier sind natürliche Puzzle. Um die 2.0. Da können wir uns direkt einen Taser holen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir so hoch gelevelt werden oder nur 1.5. Schauen wir mal. 2.0. Sehr schön. Können wir jetzt ein bisschen was mit erreichen. Zum Beispiel uns hier einen Taser besorgen. Können wir den Wachknödel da draußen direkt weg tasern. Die Tür können wir schon mal direkt entriegeln. Was ist eigentlich mit der Tür? Die hat nicht mal eine Schwierigkeit, weil die gar nicht existiert. Wenn sie die Türen aufgehen, interessiert die Wache auch nicht. Also die Wachen sind schon sehr professionell. Aber gutes Personal ist schwer zu kriegen. Wissen wir ja. Okay, da haben wir noch eine Kamera. Uh, Globus. Mr. Kenstall, willkommen zurück in Washington. Wie ist es in Ihrer Karte der Welt? Was, wenn ich dich erzähle, dass du versuchen, meine Lieblung zu holen? Nein, ich habe überraschend auf das. Es hat uns sehr heiß in D.C. Dann warum sind wir hier? Ich bin sorry. Warum nicht das auf dem ***? Der *** ist noch nicht gebaut. Was? Was? Ich wurde gesagt, construction beginnt eine Woche nach dem Attacken. Das ist die US-Geräusche, die Sie sprechen. Vielleicht haben Sie gehört von uns. Unsere Kontrakte werden zweit wie viel für zweit wie lange dauern. Unglaublich. Right this way, sir. Watch your step. Please, sit. Coffee. I want a whistleblower. Coffee? I'm serious. We can talk about that. We're going to have to talk about that. If you want to hand the reins to someone who won't let the horse forget who's in charge. I'm afraid I don't follow you. That's your problem. You've got too many leaders and not enough followers. You should be following me. All of you should. Okay, let's table that for a second. Say we get you a plant, and this plant blows his whistle in the ear. Or Tuma. Or whenever. They're still not about to dismantle their entire surveillance infrastructure over some bad press. I'm afraid you're right. This is where I need your help, Vice Admiral. If you get me on board and in command, then it won't matter how red their faces turn. Or if they turn red at all. They won't have to privatize under pressure, either. I'll already hold the reins. But we'll give it a name. Carnival. The Arrival. It doesn't matter. And we'll play-act our way into the driver's seat. I can't even imagine. Leave imagination to me. Also, Arrival ist einfach nur ein 0815-Name. So gut wie jeder andere. Sehr schön. Da die ja schön seine Überwachungskameras... Ist aber auch ein bisschen dumm. Wenn er seine Überwachungskameras anguckt, sitzt er mit dem Rücken zur Eingangstür. Und jeder, der reinkommt, sieht sofort, was auf den Überwachungskameras ist. Das ist schon ein bisschen ein blödes Design. Hätte es auch lieber rechts oder links von sich postieren sollen. Oder neben... Oder... Keine Ahnung. Ach, da sind diese Eulen mit den Kameras drin. What do I do? Unqualified disaster. And on the eve of the arrival, no less. Everything is fine, sir. Fine? You were assaulted by a prisrack. And you let altered copies of the manifesto reach the children. I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Deringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. But you lost sight of what's most important. Protecting me. So, I can lead the arrival. Maree, you speak the language of diplomacy. Deringer speaks the truth. Truth hurts. This isn't a dismissal. Yeah, no wieder. Deringer will still need your help, when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. Watch your step. So wird Graf Hotz eigentlich immer gepixelt. Will er nicht selber aufgenommen werden in sein Überwachungssystem. That's all it is. Where was Maree when the Prisrak attacked her? Dissection. Outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit around here. I don't mean you, Quinn. Of course. I know. I can trust you. Wait. Man muss aber ziemlich weit unter den Tisch kriechen, wenn er aus dem Winkel sie nicht sieht, ja? Must be old age. No chance, sir. You just got a lot on your mind tonight. Quite so. So breit ist der jetzt auch nicht der Tisch. Come young man, let's get to the surface. Dormmaster faces swift reprimand. Mireille Pridot found with contraband. Overseer, none of us are above the law. Miss Saeed, it has been a pleasure speaking to you. But I must get up early tomorrow. Look, I'm turning off my tape recorder. This is no longer an interview. We're just two people talking. Perhaps one more glass? A short one then. Where do you get the wine from? I thought we won't allow contraband from the outside world. Off the record? I've been here long enough. I'm allowed certain liberties. You receive special treatment? I know how big my cage is. At the end of the day, we are all equally inferior in the eyes of the overseer. Don't you dare print that, Miss Saeed. I promise. Strictly off the record. Genau, und da sehen wir ja, wie off the record das war. The brazen act of unpatriotic self-indulgence. Bureau of Education head Mireille Pridot has been caught with prohibited goods in her living quarters. The morning bell was shocked to learn. Late Tuesday, Pridot had been hiding an unmarked bottle of red wine, one of myriad bent foreign material commodities, at her private barracks. Pridot produced the wine with the pre-cal mentor called a favorite Bordeaux. During a routine interview to discuss upcoming academic initiatives after a blatant defiance of our constitution, Pridot went even further, saying her long-held position at Metamorphosis Academy granted her certain liberties. I know how big my cage is, she said, candidly, of her access. At the end of the day, we are all equally inferior in the eyes of the overseer. Naturally, when he learned of Pridot's violation, the headmaster's usually boundless generosity was in short supply. Abuses of power are a festering sore on our republic. Otherwise immaculate visage. He said gravely, none of us are above the law. Pridot is scheduled for disciplinary hearing next month. It's aber auch ein bisschen komisch, wenn der jetzt hier sich so seine eigene Welt aufgebaut hat und sowieso die, auch die US-Regierung da, was der Admiral gesagt hat, sie nicht wissen, wo der ist und so. Ich meine, mit den geheimdienstlichen Mitteln sollte das doch rauszukriegen sein, wenn sie ihm folgen mit Satelliten etc. Blablabla. Aber, naja. You just acquired a fingerprint from that glass. Normally, the overseer wouldn't be so careless as to leave a usable print. But recently, in celebration of Zager's capture, the big man poured himself a stiff drink. And for a moment, let his guard down. Those pristine white gloves came off. And he was one of us for a day. Fingerprint from the upper sack. Ist doch super. Der Deringer ist auf jeden Fall ziemlich auf Linie, würde ich mal sagen. Zweite, rechte Hand vom... Gentlemen, I wish to resign. This is grossly inappropriate. Inappropriate. You are burning books. I have seen it with my own eyes. The books I procured for you. Each book has been scanned into our servers. And is now part of our digital catalog. You are merely hung up on nostalgia. You are erasing history. These books are my property now. I can do with them as I please. No, 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 no. I cannot be a party to this. I wish to leave immediately. First you want to resign. Now you want to leave. I assume the implication was apparent. You're not going anywhere. You cannot keep me here against my will. In fact, I can. You, like the books, are now property of the state. You will continue to fulfill your obligations to the Precals until I decide what to do with you. I have a few suggestions, sir. Yeah, that's... Da werde ich drauf. Dass der Derringer da Vorschläge hat. Librarian, may I come in? Ah, Headmaster, welcome. Ideos Mio. Who is this fierce creature? It's an Ainu Owl, Librarian. My ancestors carved these from the amber trunks of Japanese Spindletrees. I want you to have this one. A modest housewarming gift. Nothing more. Mit einer Kamera drin. Muchas gracias, senors. It's a handsome piece. I shall place it here on this shelf. No, 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 no. Oh, lend it a bit more. Promise. It's meant to be sent out in the open. Ah. Für den besten Kamerawinkel. Oh, you're welcome. Okay, haben wir noch was auf der anderen Seite? Nope. Okay, die Türen sind für uns alle verschlossen. Hm, dritter Stock. Okay. Okay. Wenn ich da hinten hin muss. Ah, dann muss ich da in den Zweierraum rein. Okay, und dann kann ich da nach oben. Okay, dann kann ich mal zurück. Kann den Zweierraum da hinten noch mitnehmen. Na gut, schauen wir mal. Okay. Ja, das ist schon absurd, dass der nicht mitkriegen soll, wie die Türen da auf ihn zu gehen. Wenn er schon nicht mitkriegt, dass sie die Lichter angehen bei den Statuen. Dann warte ich mal noch, ob es am Rücken hierher dreht. Dann gehen wir kein Risiko ein. Wie sieht es eigentlich aus hier draußen? Läuft hier mittlerweile einer rum? Noch nicht. Ich weiß, dass die Türen Angst hat, ihn zu finden. Ja. Schön, dass du mir das sagst. Was soll mir das bringen? Kollege Cooper. Ja. Oh, ist das ein Geheingang nach unten? Fingerprint-Scanner. Jo, da ist eine Treppe. Kann ich eigentlich auch die nehmen? Gibt keinen Grund, jetzt sich hinten durchzuschleichen. Jo. Okay, hier geht es nur in das Obergeschoss. Archive. Gucken wir mal. Headmaster Fingerprint ist ja schon recht praktisch. Erl ist nicht sicher, dass sie die Liebärin sehen können. Du hast jetzt was, was du musst, um die Liebärin zu befinden. Ich sage, dass du zurück in die Liebärin zurückkriegst. Der ist die Liebärin zu befinden, auf der 2. Die Liebärin ist auf der 2. Na gut, wenn sie mich nicht haben wollen hier im Archiv. Ich weiß natürlich schon so ne Frage ist, dass ich hier nicht trotzdem umschauen kann. Ja, ja, leck mich doch am Arsch. So, ähm. Okay, was haben wir hier? Da können wir uns noch einen Taser holen. Können wir noch genug Platz im Inventar haben? Ja, haben wir. Sehr schön. Okay. Okay. Das war's für heute. Naja gut, solange ich nix Nichts wirklich suche im Archiv Weiß er nicht, naja Gehen wir erst mal runter Und dann zum Bibliothekar Oh, da steht einer Eigentlich wollte ich searchen, aber... Oh, da steht einer Das Geräusch hört er auch nicht Dafür muss er bestraft werden Das Geräusch hört er auch nicht Das Geräusch hört er auch nicht Das Geräusch hört er auch nicht So, okay, das haben wir schon aufgemacht Oh, hier geht's in die Bibliothek Bringt mir das was, wenn ich hier bin? Ähm... Nicht wirklich Ich bin im ersten, okay Schon so ein bisschen vergeudet hier, ne? Wieso zuckst du nur noch? Gefälligst liegen Oh, da hätten wir ihn destructen können, aber... Na gut Jetzt haben wir ihn halt ausgeschalten, auch nicht verkehrt Hm, ich werde das halten So, da haben wir ein neues Buch Was ist es diesmal? Spotnick, sweetheart, and its protagonist Kay A dutiful man who accepts his place in the pecking order Nothing distasteful thus far Yet Morikami insists on criticizing the social mold that makes a man valuable at all Effektive coercion works within, but knowing so much is not in our citizens best interests Box this up, librarian Hm, das Buch sagt mir nix Da liegt noch ein Zettel Okay, da muss ich aber da wieder rein, okay Erdgeschoss, und dann müssen wir mal gucken, wie ich dann durch die Bibliothek laufen kann, um... Okay, also, hier sind wir Ja Ich könnte jetzt hier hoch Ah, genau, und dann rechts da einfach in den Zweierraum rein Genau, das passt ja ganz gut Hab ich ihn eigentlich schon beklaut? Boah Ich habe ihn wohl schon beklaut Ich habe ihn wohl schon beklaut Sounds good Going in for the steal Got it Jetzt habe ich aber auch wieder nur so eine blöde Diss gebracht So, okay Langsam müsste ich auch mal wieder mein... ...mein Handy aufladen He's just up these stairs Librarian Nicht so laufen Und nicht so schreien Das macht beides Saumäßig viel Lärm Oh nein Jetzt müssen wir da unten noch Patrouille laufen Da haben wir die Überwachungseule Was ist das so? You're making it up. Stop it. Stop it. I have a cat. The girl activated a video that appears to have been recorded only moments ago. I presume it relates to the dead librarian. It's important that we determine what happened. However, she's not accustomed to witnessing violence. It's difficult to anticipate how it will affect her. I don't know if it's a value for her. ... 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 Oh, yes. No, it has been a while. Why does Dante put his friend through so much misery? I think the point is to teach a lesson. You cannot know happiness unless you have been exposed to tragedy. Can't know hope without despair? I believe that is it, yes. It´s kind of like the Precals. They don't know what from down good from bad. They got no perspective cuz they don´t have a clue about the outside. Oder die? Das ist eine interessante Intelligenzelle, Deringer, aber es ist nach dem Zeit. Warum hat die Kinder die Poison Manifestos gegeben? Ich habe nicht. Was sind Sie in der Raum, Daußes? Was Raum? Denken wir nicht die Zeit? Das war der Musik, Bedeut auf den Wallen? Ich... Ich... Ich versuche... ... und... Ich habe es, aber ich habe es gesehen. Es ist. Aber ich würde nie... ... oder antworten. Sie können uns spire gegen uns. Nein, Sie waren zu helfen den Kindern zu helfen. Nein, Diriger. Woher die hellen Sie denken? Ich kann das nicht mehr sehen. Der Derringer, das ist echt die rechte Hand hier vom Obersack. Immer bereit, die Drecksarbeit zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mit Ihrer Entscheidung verstanden habe, dem Mädchen das verrückende Video zu zeigen. So verrückend war es nie. Man hat ja nichts gesehen, außer dass er mit ihm geredet hat. Die eigentliche Tat hat man ja nicht gesehen. Still, vielleicht ist es besser. Sie weiß die ganze Wahrheit. Eine Wahrheit nicht zu kennen ist nie gut. Weil es nun mal Realität ist, ne? Und je mehr man weiß, desto besser fundierte Entscheidungen kann man treffen. Es ist immer dumm, Sachen nicht wissen zu wollen. Auch wenn es unangenehm ist. Buenos dias. Du bist Senior Octavo? Ja, ich bin Luis Octavo, ja. Mein Name ist Quinn Derringer. Mein Arbeitgeber hat dich kontaktiert. Ja, natürlich. Der Mysterie-Mann, der mir zweimal bezahlt, was ich gefragt habe. Hat er noch die Bücher bekommen? Ja, er hat er noch nicht gesagt. Er hat er noch einen Dank an. Er möchte mich persönlich an. Natürlich. Er sagt ihm, dass er in jederzeit kommt. Er ist nicht in Buenos Aires. Ist dein Passport in Ordnung? Mein Passport? Was ist das? Mein Arbeitgeber hat etwas mehr Arbeit für dich. Mystery-Man? Was ist das? Das ist das Mystery. Was ist das? Wo würde ich gehen? Oh, nicht möglich. Ich kann nicht in Ordnung. Ich kann nicht in Ordnung. Mein Arbeitgeber denkt, dass du kannst. Er will payen, was du fragen. Er weiß nicht, was du fragen. Er weiß nicht, was ich. Aber er weiß, dass du einen hast. Du hast ein Nummer in deinem Kopf, Senior? Ich mache. Gut. Du es. Wo ist dein Passport? Oh nein, 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 nein. Warte, warte ein Minute. Wie lange werde ich gehen? Warte. Nur ein paar Tage. Ich versuchze. Mhm. Ich kann nicht auf ihn liegen liegen da. Ich nehme das. Das war Graf von Monte Cristo, oder? Was er gerade gefunden hat. Ähm. Oh, war das gar kein verbanntes Buch? Graf von Monte Cristo haben sie nicht verbannt. Okay. Dear Señor Octavo. Thank you so very much for giving me a copy of Labyrinths by Borgia. Each of the stories was fascinating. I especially enjoyed the one called the Library of Babel. It made me think of you. Surrounded by all those books. overwhelmed with the infinite number of ideas they contain and left wondering which books contain the truth and which are false. Is it true you knew Borgia and discussed literature with him? If so, I am positively envious. Thank you again for the stimulating read. Your friend, 390H. Pain is best read as a comedian librarian. For pain, Constitutions come from rights. Charters create chaos and monarchs require oversight against corruption from all whose interests fall short of the state's well-being. We are beyond Constitutions, Charters, even monarchs. We are communication itself. These so-called rights of man must not radicalize anyone into thinking otherwise. Okay, jetzt die Frage. Kann ich hier direkt durch die Tür wieder raus? Wo wir jetzt hinwollen? Ach, das ist bloß ein kleiner Raum. Oh, ist das ein Security-Raum. Da kann ich endlich das Handy aufladen. Dies nicht, ist ein Treppenhaus. Okay, ähm. Nun gut, ähm. Da hinten wollen wir hin. Okay, da muss ich zwei Stockwerke runter. Also ich kann eins runter. Genau, dann bin ich hier. Okay, dann gehe ich erstmal runter und dann schauen wir mal, wie ich da am besten weiterkomme. Gut, da sind wir. Zweiter Stock. Kann ich eigentlich da eine Treppe runter links in der Mitte? Ja, das passt eigentlich ganz gut. Nur warten, bis er hier weg ist von der Tür. Ich kann mich hier wieder hinter den Schrank verstecken. Oder wir machen das Bücherregal. Check in. Ich glaube, der Typ mit der Rüstung da hinten, den lasse ich erstmal wieder vorbeilaufen, bis er wieder da hinten rechts irgendwo ist. Also ist die Treppe da hinten links ein bisschen unsicher, ha? Jetzt geht er da runter. Okay, der haut da ab. Weil zu gut. Wo kann ich jetzt eigentlich das Gas da mitnehmen? Ich nehme das mal als Nein. Ach, hey. Hier geht gar nicht nach links weiter. Alles sieht gut aus. Die Frage ist, kann ich mich hinter der Pflanze da verstecken, wenn da links auch so Blumentöpfe sind? Ich weiß nicht, ob ich an ihm vorbeikomme, wenn er da steht. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Ich habe meine Post abgelöst. Hoffen wir mal, dass wir uns da hinter den Pflanzen verstecken können. Ich hoffe, sie können mich hier nicht sehen. Sehr schön, komm mal. Wir erwarten, dass er wieder zurückgeht. Er haut immer mit dem Kopf gegen die Wand, aber... Deswegen ist er vielleicht auch nicht mehr der hellste. So. Hier hinter der Tür ist keiner. Nee, die wollte ich nicht. Jetzt muss ich nämlich hier durch. Und dann links lang. Und dann links lang. bei der Tür ist keiner. Der guckt mich nicht. Okay, er geht weiter, vorerst. Da links soll ich hin, da ist doch gar nichts. Die große Tür ist zu. Das ist eine Zweiertür. Okay, aber dahinter war ich schon. Museumsgebiet. Das ist wohl eine Tür hinter dem Regal, eine Geheimtür. Warum sie jetzt allerdings davon weiß, oder so, ist auch wieder so eine Frage. Okay, weiter. MDR. Das ist natürlich die Frage, wieso kennt sie diesen Geheimraum? Man weiß, dass sie das Buch da hinstellen muss. Das ist das, was er? Es ist ein Geheimraum für die Außenwelt. Ein Geheimraum für Freiheit. Dieses Geheimraum wird das Geheimraum unlocken. Das Geheimraum ist ein Geheimraum für die Außenwelt. Das Geheimraum für die Außenwelt. Das Geheimraum für die Außenwelt. Das Geheimraum ist ein Geheimraum für die Außenwelt. Okay, die haben konspiriert. Ist die Frage, ist Veep jetzt schon rausgekommen hier? Oder? Okay. Da darf ich jetzt endlich in die Archive. Sehr schön. With this blueprint, the girl can manufacture a key. Jo, dann ist jetzt die Frage, wie komme ich da jetzt wieder am besten hin? Gehe ich eigentlich den gleichen Weg zurück, den ich eben gekommen bin? Das ist ja eigentlich ganz gut. Und dann war ich ja schon in den Archiven. Da muss ich eigentlich nur hier eine Treppe hoch. Nicht da unten durch die Tür kommen. Gut, so was Gas. Genau, den hier hatten wir ja schon ausgeknipst. Das ist doch perfekt. Aber ich habe bloß hier hinten die Treppe hoch. Oha, da hat er gemeldet, dass er angegriffen wurde. So, und da sind wir wieder. Okay, so hatte ich schon geklaut. Der ganze Stress nur wieder für so eine bescheuerte Disc hier. Schalten wir da einmal um. Ja, und dann können wir ja beim nächsten Mal genau hier weitermachen an dieser Stelle und sehen, dass wir unseren Weg zum 3D-Printer finden. Bis dahin. Ciao.